Alles, was wir wegwerfen, landet irgendwann zwangsläufig im Meer. Jedes Jahr gelangen 8 Millionen Tonnen Plastik über Bäche und Flüsse in die Ozeane. Im Wasser zersetzt sich das Plastik. All dieses Plastik dort zersetzt sich in Nanopartikel und das macht es so gefährlich. Die Fische fressen es und auf unseren Tellern landen Meerestiere, die voll von diesen Plastikteilchen sind. Plastik ist unbestritten schädlich für die Gesundheit von Mensch und Tier. Jeder von uns sollte deshalb darauf achten, kein Plastik zu verwenden. Verzichten Sie auf Plastikflaschen, Plastiktüten etc. Sie tun es für sich selbst und ihre Kinder. Parallel müssen wir dafür sorgen, dass die Ozeane von unserem Müll befreit werden. Das ist schwierig, aber möglich. Und wir können es machen. Die Motoren der Frachter und Tanker, die Maschinen der Bohrinseln. Wenn man schon Bohrungen im Meeresboden durchführen muss, kann man dann den Lärm der Motoren nicht wenigstens verringern? Kann man nicht Schiffe besser Lärm isolieren, damit die Walfische wieder in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren? Das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Bei Kraftfahrzeugen funktioniert es doch auch. Warum ist man auf See, was den Lärm betrifft, so rücksichtslos? Durch den von Menschen verursachten Radau sterben die Meeresbewohner. Das darf nicht sein. Die Geräusche, die der Mensch produziert, sind unterhalb der Meeresoberfläche inzwischen allgegenwärtig.